hallo und willkommen zu einem neuen paypal update wir wollen in diesem video darüber sprechen auf was wir in der nächsten woche achten müssen denn paypal könnte relativ nah an einem tief sein bzw das tief jetzt sogar schon ausgebaut haben das ist noch etwas verfrüht das zu bestätigen aber wir schauen jetzt auf die parameter die eben genau das wahrscheinlicher machen und ab wann wir halt sagen müssen dass wir noch ein weiteres tief bekommen und wo es hinlaufen könnte wenn wir es bekommen grundsätzlich erstmal übergeordnet auch für alle die neu sind auf diesem kanal wir tracken bei paypal übergeordnet immer noch eine bullische struktur das hat folgende gründe und zwar haben wir eine fünfteilige aufwärtsbewegung in das hoch von 2021 die abwärtsbewegung kann korrektiv gezählt werden und wir befinden uns nach wie vor über dem identifizierten langfristigen fibonacci unterstützungsniveau das 78 sechster fibonacci niveau bei 49 dollar das ist einfach wichtig dass dieses niveau gehalten wird auf dem langfristigen chart denn das ich sage mal lifetime 78 sechster fibonacci niveau ist wirklich wichtig für generell die marktstimmung wenn es um ein bestimmtes asset geht ja also ist eigentlich über die gesamte bandbreite hinweg wichtig wenn ich mir einen bestimmten chart anschaue dann möchte ich wissen hat er denn sein wirklich langfristiges 78 sechster fibonacci niveau gehalten und wenn nicht war es vielleicht sogar nur ein kurzfristiger bruch dieses niveau ist wichtig ist es kein ja es ist kein invalidierungsniveau für ein bullisches szenario aber wenn wir einen langfristigen beziehungsweise nachhaltigen bruch unter dieses niveau bekommen dann heißt es in der regel nichts gutes bis jetzt ist das vermieden worden wir haben also eine fünfteilige aufwärtsbewegung eine mögliche dreiteilige abwärtsbewegung die eben wie folgt aussieht a b und die c welle nach unten hier in einer 1 2 3 4 5 strukturen wir wären entsprechend in der fünften welle nach unten jetzt und in der fünften welle haben wir ja auf fünf wellen sage ich mal gewartet eine 1 2 3 4 und jetzt hat die fünf und wir haben gesagt okay jetzt immer in der fünf und das heißt wir haben hier konsequent immer noch fallende preise auch erwartet in den letzten wochen und monaten und haben dann eben diesen möglichen zielbereich identifiziert hier zwischen knapp 49 dollar und 55 da sind wir jetzt gerade drin der preis reagiert die idee ist halt wenn wir jetzt wirklich in der fünften welle sind dann müsste das eine abc struktur sein abc warum weil eben die bewegung nach unten ein diagonal ist also diese bewegung die dann hier begonnen hat im august 1 2 3 4 5 eben ein diagonal da sind die unterstrukturen korrektiv so wenn wir uns das jetzt angucken gehen wir mal auf den vier stunden chart und dann sagen wir okay wir haben eine a welle eine b welle die c bräuchte eigentlich fünf wellen wenn sie keine fünf kriegt dann war es eine w x y halt nicht so ein sage ich mal wahrscheinlich ist muster da braucht man eben eher mal beweise bevor man das sage ich mal glaubt wenn wir aber in der c welle wären dann hätten wir hier eine 1 gehabt eine 2 eine 3 4 ja und die fünf würde dann halt noch fehlen ja wie gesagt es gibt auch die möglichkeit dass sich hier um eine w xy handelt dann wäre das der boden schon drin das heißt deswegen auch hier die anmerkung the lowest in und wir sind ja auch in diesem unterstützungsniveau waren kurzfristig aus diesem trend kanal nach unten ausgebrochen sind jetzt aber wieder drin und haben auch und es ist jetzt so hat sie im letzten video erwähnt jetzt so das erste mal wo ich sage okay der boden könnte drin sein ich würde so langsam vorsichtig anfangen mich zumindest mal damit zu beschäftigen ich will es noch nicht bestätigen es gibt es ein paar dinge die ich halt sehen was also erst mal sind wir über den anfänglichen widerstand gebrochen ja ich mache das jetzt mal kleiner aber das war der anfängliche widerstand das war ja so ein zeichen auf das wir auch gewartet haben ein bruch über das 61 achter retracement bei 55 dollar 50 ja wir sind aktuell noch drunter aber es ist dennoch eine situation wo wir gesagt haben okay wenn wir die ersten fünf wellen über den widerstand sehen kann das ein bullisches zeichen sein so jetzt ist es so dass diese fünf wellen nach oben hier ja wir haben eine mögliche fünfteilige struktur die sind zu klein um zuverlässig zu sein das heißt wer noch mehr sicherheit möchte der müsste jetzt auf diese fünf wellen warten ins gelb dargestellt und dann eben auf den folgenden dreiteiligen rücksetzer der ein einstieg bieten könnte dafür braucht man geduld oder man sagt okay ich habe jetzt hier eine mögliche situation er könnte jetzt tatsächlich wenden wissen tut es keiner weil keiner hat die glaskugel aber wir haben jetzt so das erste mal eine mögliche situation das verwenden man könnte jetzt zum long trade eingehen beziehungsweise einfach aktien kaufen mit einem stop unter dem letzten tief hier das wäre nämlich die invalidierung falls das wirklich ein one two setup wäre und das wäre ja jetzt eine möglichkeit wie man das handeln könnte ja ist halt noch nicht unbedingt hochwahrscheinlich dass der trend gewendet hat deswegen muss man damit rechnen dass man noch ausgestoppt wird nicht hochwahrscheinlich weil es müsste eine wxy korrektur sein wie gesagt die ist eher nicht so wahrscheinlich an sich das heißt ich kann da jetzt noch nicht unbedingt den fokus drauf legen dass der boden drin ist wobei das hier natürlich jetzt die region ist wo wir danach schauen und die ganze geschichte ist halt hier noch zu klein und wirklich zuverlässig zu sein so wenn wir jetzt die 51 dollar 60 halten das ist die unterstützung dieser kleinen welle 2 ein sogenanntes one two setup und dann im folgenden jetzt über das letzte hoch ausbrechen bei knapp 57 dollar dann würde es so sein dass ich schon sagt okay der boden kann gut drin sein dann will ich aber sehen dass wir auch eine welle 3 ausfüllen eine 4 und eine 5 und jede dieser kleinen ja dieser dieser meilensteine quasi erhöht quasi die wahrscheinlichkeit dass tatsächlich der boden drin war und die frage für einen trader ist halt immer wie viel bestätigung brauche ich kaufe ich zum beispiel jetzt wo das risiko noch recht hoch ist aber chance und risiko stehen in einem wirklich attraktiven verhältnis weil ganz ehrlich wenn der boden drin ist dann sollte uns das ding weit über die 100 dollar bringen ja weit drüber ja also das ist halt dann die sache wo man sagt chance und risiko und ja ich muss aber sagen wenn wir jetzt noch mal ein tief machen ja dann geht es wahrscheinlich noch mal runter hier sogar unter die 49 dollar wobei er könnte dann ja auch einfach jetzt mal hier den den langfristigen support bereich antesten wenn es aber da drunter geht also unter die 49 dollar dann haben wir auch nicht mehr viel womit wir arbeiten können allerdings sehe ich halt grundsätzlich die möglichkeit dass wir dieses gap hier noch mal abholen im bereich um die 45 46 dollar und dann eben vielleicht die erholung zu sehen ja bei paypal ist es ja auch fundamental so dass einfach der nutzer der die aktiven nutzer sind etwas zurückgegangen was aber auch kein wunder ist in den letzten jahren gab es dann sehr starken anstieg es gibt natürlich auch wettbewerber aber grundsätzlich sieht es immer noch alles sehr solide aus wenn wir jetzt auch fundamental davon ausgehen einfach mal bei der fundamentale analyse mache ich zwar jetzt nicht aber ich kenne natürlich so die die grundsätzliche situation bei paypal da sieht es eigentlich relativ gut aus das schon aber es gab natürlich ein paar bedenken weil so der anstieg der nutzer stark zurückgegangen ist und ja die märkte sind ja immer nach vorwärts also in die zukunft schauend quasi ja aber grundsätzlich sollten hiermit jetzt alle parameter bekannt sein wir sind relativ nah an einem tief wahrscheinlich ja noch kann ich es nicht bestätigen es ist jetzt so das erste mal wo man sagt vorsichtig könnte man mal davon ausgehen aber echt nur bisher ganz vorsichtig zum aktuellen zeitpunkt würde es mich noch nicht wundern wenn wir hier noch mal ein weiteres tief machen auch dafür habe ich euch die niveaus genannt ja das ist meine sichtweise zu paypal ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ihr mir so ist bitte ein like da lassen abo und ein kommentar paypal analysieren wir auch regelmäßig in unserem aktien paket wenn ihr da interesse habt schaut gerne vorbei link ist in der video beschreibung dort gibt es eben auch andere aktien noch und auch den s&p 500 auf täglicher basis auch intraday den nasdaq machen wir auch manchmal dazu ist allerdings bisher nur in englischer sprache verfügbar muss ich dazu sagen wird dann noch kommen auf deutsch guten starten die woche bis dann ciao ciao